hey holo und willkommen zu einer neuen folge minecraft matrix ja und ihr seht auch schon ganz anderes texture pack und ihr seht schon hier habe ich gefehlt bei unten hier bei den ananas bei den hungerkeulen sich jetzt erst da habe ich ich habe das texture pack bearbeitet und ich habe nicht mal du bist tot du mistfieh ich komme tot gut ich habe nicht mal gesehen dass ich das da falsch bearbeitet habe weil dieses texture pack ist dass das battle play texture pack und ich werde euch gleich noch weiter erzählen wie viel ich gefressen habe also ich habe gerade mal geguckt also ich habe max singleplayer folge geguckt und dann dachte ich mir so du musst ja vielleicht doch mal irgendwie noch mal matrix aufnehmen oder so also meine singleplayer welt und dann habe ich so geguckt ja okay die ist ja vielleicht erst mal nur eine woche her oder nein die letzte kam am 8 juli noch mal den dreißigsten wenn ich das aufnehmen ich weiß nicht wann diese folge rauskommt und dachte mir oh mein gott ist schon wieder fast zwei wochen her naja heute spiele ich mal in diesem texture pack so just for fun und damit ich mich vielleicht auch schon mal so ein bisschen an dieses texture pack gewöhne machen wir mal schnell ein schwert habe ich sticks irgendwo hier ja also ich bin jetzt super unvorbereitete ich habe kein plan was ich mache heute und was nicht und so weiter und so fort glaube ich ich gucke erstmal ach so eierfluss apropos wo hier unten landet das glaube ich ne war das nicht so hier so ne quatsch hier unten oder ah das erste ei habe ich da gerade ein skelett gehört ok 6 eier ja jolo dann können wir hier eigentlich so eine wäre schon geil wenn man so eine farm hat die hier im haus ist vielleicht kann man das hier noch dazu ja hier muss ja noch mal dran arbeiten ja ok ja 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 guck mal guck mal guckt euch mal diese grafik an von dem schwert ist doch geil oder ich weiß jetzt nicht mehr wo ich sie hatte ob es jetzt direkt aus dem texture pack kommt macht die tue zu oh mein gott ist ist der hinterm zorn ja drecksack fertig wenn ich feile hätte mama da müssten nein kein feil das heißt sie müssen wir wirklich kraften oh den drecksack der sprengt mir da alles kaputt ey ich geh mal hier oben lang darauf noch hier ist keiner mehr so creeper alter wo ist der hin wo ist der wo ist der ist der da reingegangen oder steht der vor der tür ich meine wisst ihr was in dem texture pack würde ich die creeper würde ich die creeper gerne mal in eine andere farbe machen in pink oder keine ahnung damit ich sehe wo die sind weil grün und grün das ist doch unfair so es könnte sein dass er mir alles weg sprengt wo ist der das macht mich jetzt total wuschig creeper komm hier komm nach mama bei uns steht er links nein nicht hochgehen nicht hochgehen nicht hochgehen ich kann jetzt in ruhe schlafen ich wollte nicht schlafen aber ich wollte eigentlich feile machen genau what the fuck jetzt können wir auch zumachen ne dann machen wir das doch so damit da nichts hinsprengt so und hier machen wir einfach so zu wow ich habe einen dreckblock dabei so wieso ist hier holz wieso ist da holz hallo habe ich hier irgendwas verpasst was what what's going on here so viel Zor Viecher hier kennt ihr das wenn ihr euch erschreckt es ging gerade so ein ganz kleiner pimp ja und die kommst jetzt schön mit mir aber zack ich das ganze haus untersuchen irgendwo creeper und zombies sind und hier kommst du ja guck mal guck dich um ob hier irgendwo was ist ach die projekte natürlich oh gott wir müssen noch so viel machen mag war hier ein kino pyramide hafen baumhaus animal farm zucker farm und die guckte ich doch mal um mensch nicht dass sie noch irgendwie ist die sind fast fertig müssen nur so stellt noch hin und fackeln werden auch nicht schlecht so da muss noch eine tür rein ok muss lapis rein bücher wisst ihr warte texture pack finde ich gar nicht so schlecht lasst mir mal wissen wie ihr das findet ich natürlich werde ich das hier unten den grafikfehler beheben und dann würde ich das nächste folge wieder nehmen so ja den angelsee der kommt ja da vorne hin der leuchtturm die leuchtturm doch da in die mitte von dem ding machen oder kommen wir hier sicher sind ja doch hier muss ja auch noch bänke hin machen und alles mögliche ich finde es relativ interessant was man so in der ganzen zeit geschafft hat so da vorne von oben gleich mal gucken muss noch eine tür rein sind so kleinigkeiten eigentlich kann ich die heute mal machen und die kommen mit war mit runter wieder und du hast hier schön auf mit toni okay das war unnötig und du sitzt dich jetzt hier hin und wehe mich greift irgendwas an dann bist du dabei so ich mache mir jetzt erst mal ein paar pfeile so dann schon sagen ich habe nur ein okay jetzt brauchen wir noch mob drop federn damals zack ich hoffe so macht man federn noch mal ne so 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 und so ne andersrum warte 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 ich hab's gleich jetzt im ernst ey ihr wollt mich doch verarschen oder ah und da war da jede menge jetzt so ich kann alles abschießen was wir so können abschießen so ihr wisst schon was ich meine oh wir haben eier so ähm ja wir haben jetzt genug pfeile okay ich gehe mal kurz pennen mach dann so kleinigkeiten wie zwei türen einsetzen äh ein zwei bänke setzen gut zwei türen haben wir noch dann nehme ich das mal mit ich nehme das mit und halbstufen und die vielleicht noch nein machen hier doch ein paar halbstufen raus oder komm hier vielleicht darf man noch was okay so äh türen oben 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 noch ne tür der timer geht sofort los okay mach erstmal hier ne tür rein äh so äh so da müssen wir nochmal gucken was da geht schon der timer los paar sekündelchens haben wir noch äh vielleicht können wir doch mal eben hier ein regal oder so machen da haben wir die stufen oder so eine sinne sitzbank jetzt hier so so ne hier hier zack das erstmal so würde ich sagen na das sieht ganz cool aus ja ja so so muss so ne so vielleicht können wir hier die dinger noch irgendwie stylisch benutzen das gefällt mir auch nicht so gut na ich weiß nicht so ich mach jetzt einfach mal einen auf so vielleicht und dann machen wir da so ein regal raus oder so ähm oder so ne sitz ja so ein schreibtisch oder so ja naja komm ähm ja das war ja fail ach wegen dem scheiß teppich da unten ne dann machen wir den mal eben raus so und jetzt kommt da ein großer Dingsen erstmal naja so für den Anfang nicht schlecht jetzt müssen wir okay die Zeit ist um machen wir nur noch die die Tür da oben rein und dann war es das für die Folge ich hoffe sie hat euch gefallen ich würde mich freuen wenn ihr in die Kommentare schreibt ob ich das Texture Tank nochmal benutze ob ich den mal schönes benutze nochmal und ja welches Projekt soll ich denn bevorzugen dann tue ich das hier so erster Platz mach ich dann so zweiter, dritter, vierter, blablabla also auf jeden Fall den Angelsee kommt immer mal zwischendurch aber so die anderen Sachen und ja Leuchtturm wollt ihr den in den Angelsee rein haben ich zeig euch das mal kurz dann mach ich so ne kleine Insel also hier ist der Angelsee da vorne da da wo alles noch so grün ist ihr seht in der Mitte so alles was hier in der Mitte noch grün ist wird Wasser so außenrum alles Wasser und in der Mitte so ein ganz kleines Ding da kann so ein Leuchtturm hin wollt ihr das oder soll ich den lieber woanders hinstellen schreibt es in die Kommentare bis dann ciao